Hui! Hack ihn auseinander, Peter! Hack ihn auseinander, Peter! Hack ihn auseinander... Peter, ich hasse dich. Peter, ich hasse dich. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer Runde Survival Games, eigentlich Quick Survival Games. Wir nehmen das jetzt auf für den lieben Dubrush LP, weil er gerade keine Möglichkeit hat, aufzunehmen oder vorzuproduzieren oder ein Video hochzuladen. Deswegen nehme ich gerade für ihn auf, weil er ist aus persönlichen Gründen gerade nicht, äh, wie soll man das sagen, verfügbar. Sorgt man dazu verfügbar? Ich denke mal, man sagt, es ist dazu verfügbar. Er ist gerade aus persönlichen Gründen einfach nicht verfügbar und deswegen auch. Möchtet ihr heute mit mir klarkommen am Dienstag? Yay! Coole Sache. Läuft man uns. Ja, auf jeden Fall schon mal dickes Equip. Richtig dick. Dick dick. Rick dick. Hier oben noch was? Okay, da vorne. Lass mal gucken. Sind hier irgendwo Spackos, die uns töten wollen oder sowas? Alles mitnehmen, ey. Die kriegen gar nichts. Ich geb euch gar nichts ab. Das ist alles meins. Ah, Manu. Schade. Oh, hallo. Du hast da was. Das, 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 das hätte ich gern. Willst du mir, willst du, willst du dich nicht umentscheiden und mir das vielleicht, äh, geben oder so? Äh, danke. Ähm, doch nicht. Willst du nicht? Das ist, das ist, das ist ziemlich kacke von dir. Du, du könntest nicht, du musst nicht so ein Ego sein. Du kannst mir echt was abgeben. Jetzt komm, verdammt nochmal her. Komm jetzt her. Hast du, ey. Du hast aber auch hier genug gefressen, ey. Ja, mach einfach, ne. Bleib mal stehen, du. Hui. Weg mit dir. Danke. Zack, zack, zack. Ja. So muss es sein, Leute. So muss es laufen. So. Ich weiß, was wir gebrauchen können. Ja, eine Hose. Cool. Wuh. Wir machen alles weg, Leute. Wir machen alles weg. Der da vorne, den machen wir jetzt nächstes weg. Nummer zwei. What the fuck? Lack. Lack of death. Was ist bei dem los? Der hat auf jeden Fall richtige Hobbys. Läuft bei dir? Was geht bei dir? Weil er hat da irgendwie zu viel Downloads nebenbei laufen, oder? Also wenn das jetzt meine Schuld war, ich hab keinen Plan, was da los war. Also, ist ja eigentlich nicht meine Schuld, wenn er da am Längen ist, oder so, ne. Also, ist ja eigentlich in der Regel seine Schuld, ne. In der Regel. So. Dann suchen wir mal ein paar Gegner, aber wir wollen welche töten. Ich bin aggressiv! Nein! Ich bin nicht aggressiv! Ich tue doch gar nichts! Nein! Bitte nicht hauen! Tschüss! Tschüss! Dann komm nach, Leute! Dann komm nach! Wir schaffen das! Ich schaff das! Ich bin der Beste! Ich bin der Beste PvP-Ler! Magal, bin ich jetzt echt entkommen? Ist das geschafft? Oh, ja! Oh, ja, Leute! Oh, ja, das, 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 das macht euch geil! Das macht euch richtig geil! Dein Ernst? Hallo? Hi! Spielen? Hi! Hallo? Ist ein Dufel mit dem Quip? Ja, okay. Bitte nicht schlagen! Mama, nein! Bitte nicht hauen! Einfach töten! What the fuck! Nein, 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 nein! Ich hab Nein gesagt! Ich hab Nein gesagt! Ficke dich! Hacker Dächer! Arschelob! Hacker! Das war ein Hacker! Das konnte man richtig sehen! Weil ich einfach die ganze Zeit weggeflogen bin, obwohl ich mich nicht treffen konnte! Was für ein Hacker! Boah, Minischwein, bist du echt so behindert? Ey, der... Oh, nee! So behindert! Stay, ey! Okay, Leute, bis gleich! Da sind wir wieder, meine lieben Kartoffeln! Und jetzt, ja, nehmen wir die nächste Runde auf! Crypt Survival Games! Hallo! Hallo! Peter! 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 Leute, Peter! Das ist Wackel-Peter! Ui! Sexy! Renn, renn, renn! What the fucking Essenskiste! Ich hab'n bisschen Angst daran zu gehen! Ja, genau deswegen! Weil das mir ein bisschen Angst gemacht hat, dass da jetzt gerade sich welche geschlagen haben! Ich mag's nämlich nicht, wenn die sich hauen! Ist nicht so mein Stil! Hui! Hack ihn auseinander, Peter! Hack ihn auseinander, Peter! Hack ihn auseinander! Peter, ich hasse dich! Peter, ich hasse dich! Also echt, Peter, das ist nicht in Ordnung! Ey, du, du, du tötest jetzt Peter! Tötest du jetzt bitte Peter? Ey, Peter ist ein Arschloch! Das ist ein Arschloch! Ey, ich hasse dich! Dieser Peter! Der hat mich... Hä? Vor allem die Fresse? Hä? Äh? 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 Stirb! Okay, Leute, bis zur nächsten Runde! Guten Tag, mein Lieber! Wir spielen jetzt einen anderen Spielmodus! Wir gehen jetzt kurz eine Runde! Wage Mode! Spielen! Ja, was spielen wir denn? Welche Map? Oh, ich würd mal sagen, wir haben Bock auf Nuketown! Ja, ich müsste noch ein bisschen was dazu sagen, warum jetzt auch bei mir keine Videos kamen! Ähm, es ging darum, weil ich ja kein Saints Row gerade auf dem PC hatte, weil es rumgespackt hat! Wie ein Stück Scheiße! Und ja, deswegen konnte ich keine Videos machen! Und, ähm, ja, es funktioniert jetzt halt wieder! Deswegen werd ich gleich nach dieser Aufnahme hier erstmal direkt fett Saints Row aufnehmen, damit ihr wieder am Donnerstag und Samstag schön mit Parts versorgt seid! Ich will ja, dass meine Abonnenten schön sparteln! Hab ich jetzt gerade gesagt, meine Abonnenten? Natürlich unsere Abonnenten! Weil das hat sich voll komisch angehört! Und meine Abonnenten, die gehören alle mir! Herzlichen Glückwunsch! Yay! Wir haben's geschafft! Woo! Zehn Sekunden noch! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Nein! Okay! Gut! Gibt's die Kisten? Survival Games? Gibt's die Kisten? Hier gibt's Kisten, oder? Das ist Survival Games, hier gibt's Kisten, verarscht mich nicht, hier gibt's Kisten! Dein Ernst? Wie hab ich den denn bekommen? Komm! Woah! Simona! Simona! Dreier! Oh man! Das hätte man aber mir ja noch als Dreierkissweg zählen können, ne? Also meiner Meinung nach, das war schon eine Dreierkissweg, ne? Das war schon ein bisschen hart, ne? Oh, komm her, komm her! Wuuuuh! Summon in my heart! Ah! Feel your pussy out of my sperm! I feel your pussy! No! Don't you want to feel my pussy! So hard! Whip your skin! Nein, bitte nicht! Ich will nicht sterben! Nein, danke! Ege! Tschüss! Nein, bitte sterben! Oh man! Ficken! Arschgesicht! Sterb! Du auch! Danke! Zwei hintereinander! Wow! Wer ist der Pro? Wehe ist der Pro? Na danke, ich bin der Pro! Kannst du mal sterben davon? Boah! Ich hab so ne verkrampfte Hand heute! Weil ich nen neuen Schreibtisch hab und deswegen ist das auch hemmerscheiße! Ich kann grad nicht so richtig spielen, wegen nem neuen Schreibtisch, weil das einfach so ungewohnt ist! Weil ich den jetzt hab! Schau mal kalt! Wooh! Bitches! Absam je Mutter! Did you know what you do? Absam je Mutter! Bitch, you know what I do! Bitch, you know what I do! Absam je Mutter! Ach, manno! Wenn man einmal ein bisschen Spaß haben muss im Leben und schon wird man getötet! Kennt ihr das, Leute? Ihr wollt Spaß haben und dann seid ihr tot! So! Ihr wollt einfach nur Spaß haben und dann seid ihr tot! Das ist einfach so unfair! Dieses Leben gibt euch nix! Es nimmt nur, Leute! Es nimmt nur! Ich bin da richtig der Piss in Lust! Ich glaub ich werd ey immer! Okay, geht immer! Man ist so ein Camper! Ey, kann dir mal jemanden bitte! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Sie können's nicht besser! Lass sie das einfach machen! Sie können's nicht besser! Bleib ganz ruhig! Sie können's einfach nicht besser! Sie können's nicht besser! Say your name! Bitch! Please! Puzzle wieder Erster! Ich wollte es nicht zu laut, bitte! Ich bin nicht wieder da! Ich wollte nämlich gerne schon mal gewinnen, so dass wir immer ne coole Sache! Er hat zum Glück keine Punkte verloren, einfach nur gekillt worden! Uuuuuhh, schmau'n! Hello, Wals! Wow, schon wieder! Dreierkistweg! Wage Mode! Wage Mode! Was für ne Mode bin ich? Wage Mode! Wage Mode! Bitches! Wage Mode! I just want a wage! Hauptsache, er hat mich nicht gedemütigt! Oh, ja! Ja, nein, bitte! Hä, ja, nein, bitte! Was war das denn jetzt, bitte? Ach, Mann! Oh, Mann! Oh! Hä? Ho, ja! Oh, Mann, oh. Oh, mein Handy vibriert. So. Nein. Bumse, Paul. Bumse, Paul. Ich bin der Bumse, Paul. Nein. Nein. Nein, du Schlampenkind. Du mieses, kleines Schlampenkind. Ich werde deine Mutter pficken, Alter. Ich werde deine Mutter richtig in den Arsch pficken, Alter. Du mieses, kleines Schlampenkind, Alter. Das hast du verdient, Alter. Du miese, kleine Ruhre. Kannst du noch sterben gehen, danke. Alter, diese miese, kleine, dreckige Ruhre. Ich hasse sie alle. Ihr miesen, kleinen, muttert Ficker. Nein. Nein. Ey, euer Ernst. Euer, euer verdammter Ernst. Bitte. Bitte. Nicht mehr demütigen. Bitte, Mama. Nein. Nein. Die verdammten Äxte. Manu. Oh, manu. Manu. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dann. Tschüss. Tududu. Buh-Buh!